Bad Rieburger Naturpark Quellen. Unser Wasser von hier. Auch wir Holländer aus Maastricht grüßen Paderborn und auf den Sieg drei Punkte. Ich grüße die Mannschaft des SC Paderborn und heute auf einen Heimsieg. Los geht's. Wir grüßen die Mannschaft und wem möchtest du noch grüßen? Robert und Fabi und die ganzen Jungs heute alle. Viel Glück. Ja, liebe SCP-Fans, vorm Spiel sieht es noch so aus, als wenn es Regen gibt und keine Punkte. Nach dem Spiel haben wir die Punkte. Tschüss. Ich hoffe, dass Paderborn heute gewinnt und ich grüße meinen Lieblingsspieler Mohamed Rega. Wir wünschen dem SCP heute viel Glück und dass die drei Punkte in Paderborn bleiben. Herr, machen uns die Heideidebrenzell, Heideidebrenzell. Ich glaube, dass Paderborn so gewinnt, weil wir haben ja das Hammer gegen die gewonnen. Wir grüßen den Paderborn und wünschen uns heute ein schönes Fußballspiel und am liebsten mit einem Sieg für Paderborn. Nach dem geilen Auswärtssieg letzte Woche in Köln werden wir heute zum ersten Mal Magdeburg schlagen. Viel Erfolg, Jungs. Ganz liebe Grüße gehen an Walter und Gabi Stratmann. 2.0 für Paderborn, 3.1 für Paderborn und so weiter rüpfen. In Köln ist, machen wir weiter. Bad Rieburger Naturparkquellen. Unser Wasser von hier.